Und Anton, halt die oder helfst du ein bisschen mit, wenn ich das Gleichgewicht nicht halten kann? Geht's? Perfekt. Weg! Hast du schon reinkommen? Geht schon, Anton. Hast du fotografieren können? Ich hab's gefilmt. Ah, super. Aber nur von hinten, jetzt komm mal hin. Macht nichts aber mit dem blauen Anzug.